Die letzten Jahre waren für Classic-Fans wirklich ein Fest. Wir haben großartige Sets bekommen zu Themen, die wir alle lieben. Space, Ritter, Piraten, ob es jetzt bei Ideas war, ob es bei der neuen Icons-Serie, bei 18+, egal wo es war. Es war für viele ein Fest, für mich persönlich teilweise auf jeden Fall auch. Und Lego ist dann auf die Idee gekommen, hey, wir machen jetzt GWPs zu klassischen Themen. Vielleicht Remakes oder sowas. Das prominenteste Beispiel für mich und das beste GWP aus dieser Generation ist definitiv das Forest Hideout. Aber auch, ja gut, der Bionicle zum Beispiel, der ist jetzt nicht so beliebt gewesen. Aber es ist halt ein Thema, was damals tatsächlich sehr, sehr beliebt war und damit ein Remake bekommen hat. Oder auch jetzt der Blacktron Cruiser. Ich bin jetzt nicht so, was Space angeht und diese ganzen Space-Unterthemen sehr gut mit den Bildern. Aber ich glaube, der kommt auch ganz gut an. Und jetzt ist natürlich die Frage, was könnte das nächste GWP sein, was wir bekommen? Also welches klassische Set könnte sich Lego vornehmen und sagen, ey, davon machen wir jetzt nochmal ein Remake. Weil, ja, weil wir es können, weil es sich gut verkauft, weil es die Fans vielleicht auch freut. Das kann ja auch mal ein Antrieb sein, das weiß man ja nicht. Ich muss natürlich dazu sagen, es ist alles rein spekulativ. Also es gibt keine offizielle Bekanntgabe von Lego, dass sie jetzt sagen, okay, wir machen jetzt immer irgendwie in regelmäßigen Abständen irgendwelche GWPs zu klassischen Sets. Oder Remakes. Ich bin auf die Idee tatsächlich im Livestream gekommen, weil wir da hatten, hatten wir irgendwie ein Thema. Und dann habe ich bei Brickset was geguckt und da habe ich gesehen, dass die so eine Umfrage gemacht haben. Welches klassische Set vielleicht ein Remake bekommen sollte, was als nächstes als GWP rauskommen könnte. Da habe ich gedacht, das ist eine super Idee, da möchte ich auch mal drüber reden. Deswegen machen wir das hier. Wie gesagt, es ist nur rein spekulativ. Es gibt keine offiziellen Bestätigungen dazu. Aber ich finde es immer wieder schön und man muss ja keinen Grund haben, um großartige alte Sets zu reden. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir dieses Jahr ein paar von den Sets, die ihr gleich sehen werdet. Was ich persönlich am naheliegendsten fände, wäre natürlich ein Adventurers GWP. Und da muss man sagen, die Adventurers haben dieses Jahr zwei Jubiläen. Einmal natürlich das Jubiläum der großartigen ersten Welle, der Wüstenwelle und auch von Orient Expeditionen, der letzten Welle. Also Wüstenwelle ist 25 Jahre her und Orient ist 20 Jahre her. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass wir dieses Oasis Ambush vielleicht bekommen. Dass wir vielleicht auch den Scorpion Tracker bekommen. Das würde sich halt anbieten. Ein Problem könnte natürlich sein, dass dieses Jahr Indiana Jones auch rauskommen wird. und dass sich das vielleicht so ein bisschen beißt und überschneidet. Aber ich persönlich finde, dass dieses Jubiläum in irgendeiner Form zelebriert werden sollte. Weil Johnny Thunder und die Adventurers sind halt bei vielen Classic-Fans immer noch eine sehr, sehr beliebte Reihe. Und also das wären so die beiden Sets, die ich mir tatsächlich sehr gut dafür vorstellen könnte. Als GWP natürlich. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn die sagen, okay, wir machen die Sphinx nochmal neu oder den Pharaon-Tempel. Das wären dann aber wahrscheinlich eher 200 oder 300 Euro Sets. Diese Sets hier würde ich tatsächlich sehr schön finden. Und würden sich auch meiner Meinung nach sehr gut dafür anbieten. Gerade in dieser Preisklasse. Also wenn man jetzt auf das GWP guckt, 30 bis 40 Euro vielleicht. Beziehungsweise man bekommt es da zu den Einkäufenden meistens dazu. Das würde ich sehr cool finden. Wenn Lego sich entschließt, Piraten mal wieder zu machen, da bieten sich natürlich gerade die kleinen Imperial-Sets an. Zum Beispiel hier ja das Saber Island. Man hätte wieder mal Blauröcke. Natürlich müssten einige Teile anders gemacht werden. Also die Baseplate zum Beispiel, die wird so dann nicht mehr wieder kommen. Die Palmen gibt es ja auch nicht mehr. Aber das kann ich mir halt vorstellen, dass wir so irgendwas von den Blauröcken oder von den Rotröcken irgendwie bekommen. Ich persönlich mag die Rotröcke ja aus mir nicht bekannten Gründen lieber. Aber Blauröcke hätte ich natürlich auch nichts dagegen. Und da könnte man glaube ich auch relativ viel mit relativ wenig Aufwand machen. Aber es ist halt die Frage, wie beliebt Piraten bei Lego noch sind. Nichtsdestotrotz wäre das natürlich auf jeden Fall eine Möglichkeit, da mal wieder so ein bisschen in dieses Thema eintauchen zu können. Ohne gleich eine ganze Reihe rauszubringen. Ich denke mit dem Galaxy Explorer, den Lego rausgebracht hat, sind sehr, sehr viele Fans sehr, sehr glücklich gewesen. Ein super schönes Set, wie ich finde. Und da würde es sich natürlich anbieten, vielleicht die 487 zu nehmen und das auch noch als kleines GWP mit dazu zu packen. Weil es halt optisch da sehr gut zu passt. Weil es da auch viele Fans für geben würde. So in der Größe vom Blacktron Cruiser, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und gerade aufgrund des Erfolgs vom Galaxy Explorer wäre das gerade bei Space, denke ich mal, eine sehr gute und aber auch logische Wahl. Eine weitere Legende im wahrsten Sinne des Wortes ist tatsächlich die kleine Pizzeria. Das ist eins von den Legend-Sets. Also das gab es damals schon mal als 1 zu 1 Remake. Und das kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen, weil das passt natürlich in die City-Thematik. Viele Classic-Fans finden dieses Set absolut großartig. Es sieht natürlich sehr nach 80er Jahre Lego aus, was aber ja nichts unbedingt Schlechtes sein muss. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas vielleicht auch kommt. Natürlich alles ein bisschen moderner, alles ein bisschen geupdateter. Aber gerade so diesen klassischen Look von so einer Pizzeria, die man so vielleicht in Italien sich vorstellt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das glaube ich auch als etwas sehr, sehr guten Anklang finden würde. Ich glaube, über das Forest Hideout habe ich mehr als genug Positives gesagt. Aber es ist halt ein großartiges Set. Es ist ein super Remake von einem alten Set. Und wenn man in der Schiene jetzt weitergeht, könnte man sagen, hey, die 6066 könnte man auch neu remaken. Hätte ich auch nichts dagegen. Es ist ein absolut grandioses Set, habe ich euch hier auch vorgestellt. Ich liebe einfach dieses Forest Man-Thema. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwas zukommt. Wenn sie jetzt aber sagen, sie wollen ein bisschen mehr Abwechslung haben, könnte man natürlich überlegen, das Guarded-In vielleicht zu nehmen. Das ist ja auch eins von diesen Legend-Sets, die damals auch wieder geremaked wurden. Natürlich sind da viele von diesen Fachwerk-Panelen drin. Das müsste man dann anders lösen mit Steinen. Aber ich denke mal, die Designer von Lego, die würden da auf jeden Fall Mittel und Wege finden, dass das einigermaßen wieder diesen Charme hat. Vielleicht zwei Figuren weniger oder so. Was ich persönlich auch sehr cool finden würde, wäre irgendwas zu den Wolfpack-Jungs. Da gab es ja auch Teaser in der Anleitung von der großen Ritterburg. Aber ob das jetzt wirklich heißt, dass wir irgendwie in dem Sinne irgendwas dazu bekommen werden, ist die andere Sache. Ist natürlich auch ein relativ großes Set mit sehr vielen großen Teilen. Also vielleicht kommt da auch so noch irgendwie ein Set. Und was natürlich immer geht, ist irgendwas von Magisto. Ob wir jetzt die Werkstatt haben, ob wir jetzt das kleine, das Legendäre, das für mich Magisto einfach als prädestiniertes Set darstellt, die 60-20 ist, ist theoretisch egal. Aber das kann ich mir halt auch sehr gut als GWP vorstellen. Generell, wenn man diese ikonischen Charakter, Johnny Thunder, Magisto, Captain Roger Redbeard nimmt. Alles davon ist möglich, wo diese Figuren drin sind. Ich glaube, das ist jetzt auch keine große Überraschung. Was ich auch sehr, sehr cool finden würde, ich glaube, Sea Serpent heißt das Set. Das ist dieses kleine Schiff, auch von den Dragon Knights mit Black Falcon Knights mit drin. Finde ich auch sehr schön, könnte man so ein bisschen Piraten und Ritter kombinieren. Also das wäre natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache. Müsste man gucken, wie gesagt, wie dieses Thema Piraten bei Lego generell so Anklang findet. Also kleine Boote wieder rausbringen. Oder halt das als Ritter-Set. Würde ich auch sehr, sehr schön finden. Was für mich natürlich noch ein großer Traum wäre, ist, dass irgendwie in irgendeiner Form die Western-Reihe wiederkommen würde. Da hatte Brickset zum Beispiel auch die 6755 als Beispiel genommen, dass das vielleicht prädestiniert dafür wäre. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Wahl ist. Weil irgendwie finde ich auch, mit der Western-Reihe verbindet man irgendwie dieses Sheriff's Office. Es ist ikonisch, es ist nicht zu groß. Natürlich sind auch wieder Paneele dabei, eine Baseplate. Das müsste man alles irgendwie ein bisschen kleiner machen. Aber es muss ja auch kein 1 zu 1 Remake sein. Ähnliches zählt für das kleine Tipi-Zelt von den Ureinwohnern. Ich finde, es ist eine schöne Szenerie. Es ist anscheinend ein zu kontroverses Thema als das Lego, das in irgendeiner Weise wieder gerne zurückbringen möchte. Was ich persönlich natürlich sehr schade finde. Weil Western ist mit Abstand eine meiner liebsten Lego-Themen rein aller Zeiten. Zusammen mit Herr der Ringe und den Forest Man auf jeden Fall. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass da irgendwas kommen würde. Allerdings muss man auch sagen, in der Abstimmung zum Beispiel zu dem 90-Jahre-Jubiläumsset war Western nicht enthalten. Das haben Jonas und ich ja auch schon öfters gesagt. Das heißt, es muss irgendwelche Gründe geben, dass da irgendwas vielleicht nicht so wirklich gut passt. Vielleicht ist das Thema einfach nicht mehr so beliebt. Aber es ist halt schade, dass wir nicht mal mehr Minifiguren bekommen. Also vielleicht ist es einfach zu sehr aufgeladen und zu heikel, dass Lego das in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr machen möchte. Könnte sein, ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass eins dieser Sets wirklich als GWP sehr gut laufen würde. oder als kleines, separates Set. Vielleicht auch bei Creator oder so, wenn es nicht anders geht. Wäre, finde ich, eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. So, und meine Frage an euch ist jetzt natürlich, wenn ihr wählen könntet, wenn Lego eine Abstimmung machen würde, welches Thema bzw. welches Set würdet ihr auswählen, was an GWP sein sollen würde, was thematisch wieder irgendwie zurückgebracht werden würde. Was würdet ihr dann nehmen? Ich bin relativ unentschlossen. Ich würde auf jeden Fall was von Adventurers oder Western nehmen, wenn ich es mir aussuchen müsste, weil das halt die beiden großen Themen dann auch mit noch sind natürlich. Ich weiß, ich habe eben gesagt, Wester gehört zu meinen Lieblingsthemen mit Forest Man und Herr der Ringe. Natürlich, Adventurers muss ich glaube ich nicht unbedingt mehr erwähnen, dass das eins meiner absoluten liebsten Themen ist. Ganz klare Sache. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr generell davon haltet, dass das tatsächlich passieren könnte. Und ja, schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt da auf eure Meinung, was ihr davon haltet, ob ihr denkt, dass das überhaupt irgendwie sinnvoll ist, darüber zu reden. Ich persönlich glaube es schon, weil Lego gemerkt hat, dass es da einen gewissen Markt für gibt. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinung und dann hören und sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Habt einen schönen Tag und bis bald.